Der Wittstocker Bürgermeister Jörg Germantag präsentierte dem Kabinettanlässlichts besuchsten mobilen Bürgerservice der Stadt der Kleinbusestinoch-Teilen unterwegs und bietet jedwale Angebote eines Einwohnermeldeamtes oder eine Aktstelle an. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidkisch benannte konkret fünf Handlungsfelder für die Regierung. Beim Landesentwicklungsplan sollen weitere Mittelzentren hinzukommen unter Legemeinden, künftig größere Handlungsspielräume bei der Schaffung neuer Siedlungsflächen bekommen, zudem sollen die Verkehrsinfrastruktur und das Breitbandnetz verbessert werden. Weiter Punkte seien ein möglichst dort nahes Schulnetz und die Förderung vor Rückkehrer Initiativen für Brandenburger. Auf der Sitzung berichtet hoch der geschäftsführende Direktor des Berlin-Instituts, Rainer Klingholz, über die aktuelle Entwicklung der Bevölkerungszahlen. Demnach bleibe es bei einer Zweiteilung zwischen Berlin-nahen Regionen mit Wachstum und Berlin-fernen Regionen mit weiter sinkender Bevölkerungszahl allerdings etwas weniger dramatischer als früher angenommen, dies liegen einem verstärkten Zuzug aus Berlin-Anflüchtigen und ansteigenden Geburtenzahlen.